Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origin und ja, wir waren gerade dabei in das Hotel einzudringen, wo der Electrocutioner sein soll, beziehungsweise die anderen auch. Nicht, dass er nicht mit Black Mask arbeitet? Er wird's schon rausfinden, wenn ich den Joker einbachte. Beziehungsweise die anderen Leute auch hier, böse Leute. Die können wir nicht reinlassen, schade. Oder verstehen welche? Tompen, Geschütztürme, Schienen. Der neue Boss verwandelt das Hotel in eine einzige riesige Falle. Na, hoffentlich lässt er uns nicht hier drin, wenn er sie ausprobiert. Ach, war's in der Bank, hat er sich bestimmt nur ein bisschen mitreißen lassen. Hat er sich aber ganz schön mitreißen lassen in der Bank, du. Zack. Die da unten haben davon nichts mitbekommen, das ist wunderbar. So, gehen wir mal. Oh, ach, ich dachte jetzt, er springt hier runter. So, wie macht man das jetzt? Können wir uns wahrscheinlich nicht hier ranschleichen, oder? Wenn wir hier irgendwo landen, bemerken wir uns doch sofort. Ach, ihr seid ja ein paar Lappen, ey. Ach, schiefmann, ich wollte den gleich K.O. kloppen, weil ich Leute in Rüstung hasse, die ihr bestimmt schon nicht bekommen habt. Oh, oh, Konter. Fuck it. Das ist ja gar kein Typ in Rüstung, das ist ja so ein Ninja-Mongo. So seh ich das nämlich auch. Ich scheiße jetzt hier auf meine beschissene Kombo-Hauptsache, ich krieg den Typ mir einfach, ohne dabei drauf zu gehen. Zeit zu kacken gehen. Ah, oh, fuck, ey. Nein, er hat die Waffenkiste aufgemacht. Lappen. Boah, Alter. Ach. Ich muss mich mehr konzentrieren. Boah, hallo. Boah, ey, leck du mir. Boah, mach irgendwas. Ey, hallo, warum brichst du hier niemanden die Knochen? Oh, ich hab doch eh gedrückt. Was hab ich jetzt verdrückt? Ich weiß es nicht. Irgendwie hat hier ne Knarre, oder? Au, ah, oh, ah, i. Konter. Oh, ey, hallo, ich hab gekontert. Wer hat hier die Knarre? Da hat er die Knarre. Wohl für Knarre haben wir eigentlich mehr als genug Leben. Oh, shit. Das wär so ein schöner Kombo da noch geworden. Boah, ey, leck du mir. Wenn ich jetzt sterbe, ey, oh, man. Oh, ah, weißt du? Ich dachte, in dir steckt mehr. Viel, viel mehr. Tschüss, Joker. Fuck, man. Fuck. Mann. So ne Shit, ey. Das war jetzt wohl wirklich ziemlich lame. Na gut, versuch' mich so einfach nochmal. Die sollen mal schneller ihren Arsch dahin schwingen. Ach komm. Ich hab da was für dich. Da, 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 da. Jetzt auch ein K.O., Mann. Jawohl. Jetzt haben wir wenigstens den Typ hier nicht mehr. Komm, brich dem irgendwas. Ist mir egal was. So, du brichst ihm die Knochen, Mann. Bam. Boah, oh, fuck, Mann. Boah, ey, ich hab, oh, alter. Oh, ey, leck du mir. Ey, oh, ja, ich konter doch, hallo. Bitte beachte meine, meine Dinger, die ich hier mache, spiel. Au. Ey, hallo. Oh, wir haben noch gar nicht Konto. Äh, Konto, ja, genau. Wir haben noch gar kein Konto für Batman eingerichtet. Eigentlich ist er ein Konter, aber naja. Boah, au, leck, Gummio. Oh, ey. Ich hasse den Typ mit seiner Waffe. Lass ihn doch mal liegen. Oh, wer hat die Waffe aufgehoben? Komm, dir brech ich die Knochenkunde. So, du bist recht. Das ist brutal. Aber der, der die Waffe in der Hand hat, ist nicht brutal, hä? So. Und du? So, ja, ja. Mal wieder knickknack und so, weißt du? Was ist denn das Ken-Wort? Royal Hotel. Sag ich ja. Hier müssen wir wahrscheinlich mit dem geilen Bette-Wrang irgendwas machen. Vielleicht, äh, auf den Knopf. Ja. Das ist wohl nicht so schwer. Jetzt können wir da oben rein. Oder vielleicht müssen wir auch von unten nach oben, wäre auch die Möglichkeit. Och, Mann, ändert dich doch. Hä? Hallo? Hallo? Ach. Ah! Jetzt können wir da oben ran. Ups. Ah. So, Garagenthal ist jetzt öffn. Öffn. Offen. Da können wir jetzt... ...Batmans Auto reinstellen. So, da muss ich kurz mal hin. Mikro-Muten, weil... Der Krankenwagen des Jokers. Er muss in dem Gebäude sein. ...wegen rumhusten und so. Ich hatte, äh, hatte eine Kratz am Hals. Kommen wir hier mit interagieren? Oh, nein. Hm, hm. Ah! Wow. Ist der da ertrunken im Geld, oder was? Alter, die ganzen Scheine. Wollte ich alle am liebsten aufheben. Im Geld gestorben. Kein schlechter Tod. So, jetzt aber ruckieren. Ich grüße Sie. Wissen Sie, wo genau im Hotel der Joker sich auffällt? Noch nicht, wieso? Nun, es scheint einen Überwachungsraum in der Lobby zu geben. Sie könnten ihn mithilfe der Kameras finden. Okay, ich versuch's. Ach, guck mal, Riddler. Kommen wir da ran? Können wir mit der Batclaw das Ding da runterholen? Hallo? Müssen wir irgendwie rankommen, ne? Das ist so. Da liegt schon ne Riddler-Trophäe direkt dran. Es ist genug Sprengstoff, um das Gebäude in die Luft zu jagen. Ich frag mich, welche anderen Überraschungen auf mich warten. Das sind Magazine, die haben... Kann ich nicht so genau sagen. Ja, ja, hier ist einiges an Sprengstoff, da gebe ich recht. Wenn du mich fragst, hat er nicht vor, zu zahlen. Sobald einer der Killer die Fledermaus erledigt, macht der Boss ihn kalt und behält die Kohle. Nee, wenn er sowas abgibt, wird ihm niemand mehr vertrauen. Er wird vor allen anderen Organisationen in der Stadt das Gesicht verlieren. Mann, sieh dir doch an, was er uns hier machen lässt. Denkst du ernsthaft, er hat Angst, das Gesicht zu verlieren? Da ist was dran. Gut, der Typ da unten ist es. An dem komm ich aber natürlich wieder mal nicht so gleich dran. Deswegen nehmen wir erstmal die, die hier oben lang trotten. Komm, noch ein Stück. Na hoppala. Da war einer weniger. Schnell und auch noch, vielleicht gehen wir mal hier rüber. Das kann ich jetzt gar nicht brauchen. Ach, warum denn nicht? Ein bisschen abhängen. Hahaha. Nee, den können wir jetzt nicht ausschalten, ohne gesehen zu werden. Oh, der Typ hat ein Dings. Der hat ein Dings hier. Äh, ein Sensor. Damit sieht er uns auf den Teilen hier oben. Ähm, wenn der Licht dort bitte nochmal ran. Äh, wie nennt man das? Ein Wärmesensor. Dadurch kann der uns auch auf den Teilen da oben sehen. Den nehmen wir auch mal wieder runter. Ja, wie wär's da draußen? Kein O'Batman sein, oder? Das wird nicht deine Oma sein, die hier oben rumschwingt. So. Ach, das ist der Typ mit dem Sensor. Oh Mist, ich seh nicht, wie viele Gegner hier noch sind. Aber der da kommt gleich hier hoch. Ja. Ja, komm immer hier lang. Ja, 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 ja. Jawoll. So, läuft der ganz gut. Ich weiß gar nicht, warum man von diesen wunderschönen Dingern hier runtergehen sollte. Ja, gut. Oh, shit. Oh, shit. Mann, der wurde übel zugerichtet. Mann, sind die Typen blind, ey. Ohne Witz, ey. Also, ich stand ja schon neben denen und die haben mich nicht gesehen, ey. Ja, komm, bereist dich wohl an.